Ja, halli, hallo zu einer weiteren Ausgabe. Tenji kotzt sein Gehirn aus. Im Prinzip nicht so aufwendiges, was heute kommt. Ich quatsche einfach mal ein bisschen, so wie ich es halt gerne mache. Und mein heutiges Thema ist einfach mal YouTube und Geld verdienen. Ist ja sowieso so ein Thema, was auch viele YouTuber auch ansprechen gerne mal. Und ich würde es jetzt auch gerne ansprechen, erst mal wegen meiner Meinung. Werbung und weil es mich ja auch demnächst so ein bisschen betreffen wird. Beziehungsweise halt auch schon ein bisschen betrifft, weil ich schalte ja auch Werbung. Und ja, ich habe jetzt keinen direkten Leitfaden, aber ich versuche es einfach mal. Und zwar als erstes würde ich darauf eingehen, die Sache ist ja so, mit seinem Hobby Geld verdienen ist ja sowieso ziemlich cool. Und als Beispiel gibt es ja auch andere Sachen. Zum Beispiel stellt euch mal vor, ihr seid krasse Briefmarkensammler. Und ihr schafft es durch Tausch und durch Handel damit sogar Geld zu verdienen. Oder es kann sogar so weit führen, dass ihr einen eigenen Briefmarkenladen habt. Ich habe hier auch schon Leipzig schon mal einen gesehen, da kannst du halt Briefmarken kaufen. Es ist halt, der hat sich halt sozusagen auch, oder die, ich weiß halt nicht, wem der Laden gehört, vom Hobby zum Beruf gemacht. Oder zum Beispiel Tiere züchten. Es gibt ja Leute, die züchten irgendwelche Spinnen oder Schlangen und verkaufen die auch. Ich weiß nicht, ob man sich davon selbstständig machen kann, aber man könnte ja, um das weiterzuführen, irgendwie einen Zooladen haben. Also das sind alles so eine krassen Sachen. Man kann von seinem Hobby in den nächsten Schritt gehen und versuchen davon zu leben. Und das ist ja eigentlich ziemlich gut, weil, wenn man etwas Hobby mäßig gerne macht und natürlich, man kann es sich auch versauen, aber normalerweise macht es einen Spaß. Und dann macht man auch gerne diesen Beruf. Oder wenn ich mir zum Beispiel singe, wenn ich gerne singe und ich singe halt von zu Hause einfach mal ein bisschen für mich hin, nehme vielleicht ein paar Lieder auf. Oder ich singe in einer Band und man wird halt immer beliebter oder berühmter oder so. Und irgendwann kann man vielleicht seine eigene CD rausbringen oder hat dann Konzerte und vielleicht, das wäre doch richtig cool, wenn man dann damit von seiner Musik leben könnte. Das ist auch so eine Sache, vom Hobby zum Beruf gemacht. Ja, ich habe noch andere Sachen hier stehen. Fahrradfahren zum Beispiel. Da könnte man irgendwann Profi werden. Profisportler zum Beispiel. Da hast du ja auch dein Hobby Fahrradfahren sozusagen dann zum Beruf gemacht. Genauso mit dem Motorrad, Autorennsport, Go-Kart fahren, die ganzen Sachen. Oder zum Beispiel, du bist ein Hobby-Auto-Tuner und schaffst es irgendwann, eine eigene Werkstatt, eine eigene Tuning-Werkstatt zu haben. Das ist bestimmt auch ein richtig geiler Traum von vielen Tunern, wo dann richtig krasse Autos kommen, so Luxus-Dinger, und die kannst du dann tunen und so. Also weil du einfach dann die Autos hast und die Ausrüstung und du kannst dein Hobby richtig geil frönen. Und dann kommen wir als letztes zum Beispiel zu YouTubern. Du machst YouTube-technisch, dein Hobby ist halt, du machst Videos, du freust dich, du wirst immer bekannter und mehr Leute schauen deine Videos an. Und dann am Ende kannst du davon vielleicht mal leben. Aber da muss man natürlich viel, viel, viel Zuschauer haben, bis man davon leben kann, das ist klar. Aber ich finde es gar nicht so verwerflich, damit er hat Geld zu verdienen. Es steckt auch recht viel Zeit da drin. Und ich bin jetzt Let's Player. Meine Videos dauern nicht so lange, wie die Videos von irgendwelchen Videobloggern oder die irgendwelche Comedy-Sachen machen. Und ich habe mal ungefähr mal ein Beispiel gemacht. Das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Schauen wir uns als Beispiel mal die Robo-Kraft-Folge 95 an. Als erstes habe ich mit Angelo aufgenommen. Ungefähr, ja, die 34 Minuten und 20 Sekunden. Das schwankt halt immer je nachdem hin und her. So, aber wenn dann das ganze Ding im Kasten ist, dann geht es an die Schneidearbeit. So, und die kann man jetzt hier sehr schön sehen. Eine schöne Zeitraffer. Und das ist eine recht einfache Folge. Ich glaube, da gab es nur drei Kämpfe oder vier Kämpfe. Und da ist auch nicht viel dazwischen passiert. Dementsprechend konnte man das gut schneiden. Und das hat ungefähr 17 Minuten, 40 Sekunden gedauert. Es gibt auch ein bisschen aufwendigere Dinger. Da muss man öfter schneiden, weil mehr Matches oder irgendwas dazwischen geht schief. Oder man muss sich einfach mehr anschauen. Und das kann ruhig so, ja, es schwankt halt. Sagen wir so 15 bis 20 Minuten. Bei Robo-Kraft ist aber etwas schwieriger. Robo-Kraft ist halt wirklich etwas ausdauernder. Da muss man schon mehr machen. Dagegen ist zum Beispiel hier, zum Beispiel, das ist jetzt glaube ich FTL, da ist nicht sehr viel zum Schneiden, weil da wird vorne und hinten geschnitten. Und man ist ja schon routiniert. Man hat schon seine Vorlage, schneidet das zusammen. Und dann geht das viel schneller. Und das geht halt in, ja, keine Ahnung, das sind, ja, glaube ich, so vier bis fünf Minuten geht da für eine normale Folge drauf. Also gar nicht so viel. Ja, okay, aber kommen wir jetzt mal zurück zur Robo-Kraft Folge 95. Das Ganze ist jetzt also aufgenommen, geschnitten. Und jetzt muss das Ganze natürlich noch gerendert werden. Und das, wie man hier sieht, dauert auch nochmal ungefähr 50 Minuten. Ist halt eine etwas längere Folge, 30 Minuten. Ja, so 50 Minuten Renderzeit muss man dann schon einplanen. Ja, und ganz zu guter Letzt, da muss man das Ganze auch noch hochladen. Das benutze ich hier. Ich benutze ein externes Programm dafür und das braucht, wie man sieht, jetzt auch nochmal seine 30 Minuten, 35 Minuten halt so. Je nachdem, wie groß und wie lang das Video ist, logischerweise. Ja, und ganz am Ende, wenn man das hochgeladen hat oder beziehungsweise bevor man es hochlädt, muss man natürlich noch das Thumbnail machen. Aber wenn man das Projekt schon am Laufen hat, da geht das ganz schnell. Da plane ich jetzt einfach mal so zwei Minütchen ein. Und ansonsten, wenn man jetzt aber das Projekt neu machen müsste, da kann ja gut mal eine halbe bis ganze Stunde da drauf gehen, dass man irgendwie dieses Thumbnail zusammenkriegt, diese Vorlage. Ja, und wenn man das jetzt am Ende zusammenzählt, da habe ich ungefähr so 34 Minuten Aufnahmezeit, dann 17 Minuten Schneidezeit, dann haben wir noch 50 Minuten Renderzeit und 35 Minuten Hochladen plus, keine Ahnung, zwei Minuten für Dings. Da sind wir bei 138 Minuten, glaube ich. Und das wären dann rein theoretisch 2,3 Stunden für eine 30-Minuten-Folge. Also man sieht, da geht schon ein bisschen Zeit drauf für sowas. Gut, das ist jetzt so ein Beispiel von einem Let's Play. Es ist ein relativ etwas aufwendigeres Let's Play, deswegen habe ich ja auch gesagt, 1,5 bis 2 Stunden ungefähr, bis das ganze Ding auf YouTube ist. So, und dann müsst ihr euch mal vorstellen, ich mache zum Beispiel vier Videos am Tag, also wenn es gut läuft, wenn ich auch alles hochlade, dann habe ich wirklich vier Videos am Tag. Und das mache ich sechsmal die Woche. Das sind allein schon, wenn ich jetzt von 1,5 Stunden ausgehe, nicht von zwei Stunden, wie in dem Beispiel, nur einfach nur mit 1,5 Stunden, dann wären das schon 36 Stunden, die man in der Woche dafür braucht, sozusagen. Dazu kommen noch Streams. Ich will jetzt dreimal in der Woche auch streamen, so drei bis acht Stunden. Also eigentlich weniger drei, weil das drei, ja, wird kaum erreicht. Aber acht Stunden ist auch manchmal schon locker passiert. Ich habe auch schon zehn Stunden Stream hinter mir. Und das sind in der Woche dann auch nochmal neun bis 32 Stunden. Dann kommt zum Beispiel noch, dass ich ja mit meinem Bruder zusammen auch gerne Spiele entwickle. Und dieses Spieleentwickeln, dieses Geld, was dann dadurch mal reinkommen soll, irgendwann mal, das kommt dann über die gleiche, in Anführungsstrichen, Firma. Weil ich habe mit meinem Bruder, haben wir uns das jetzt irgendwie anmelden müssen, finanziell und so, also beim Finanzamt. Und das läuft dann auch das Geld dann von den Spieleentwickeln auch mit darüber. Deswegen fasse ich das jetzt alles mal zusammen. Unsere Spieleentwickeln, wenn wir mal dazu kommen, weil das, ja, wir finden nie die Zeit dazu. Das ist so lange, so schade. Dann brauchen wir locker mal zehn Stunden pro Tag. Und wenn wir es schaffen, einmal in der Woche das noch zu schaffen, dann haben wir nochmal zehn Stunden für die Woche. Also im Schnitt kommt man dann auf ungefähr 55 Stunden bis 78 Stunden, je nachdem, wie die Streams sind und eigentlich auch noch was für Videos man macht. Und ich meine, 78 Stunden in der Woche, das ist schon eine krasse Zahl. Ja, also 55 Stunden ist auch schon eine krasse Zahl, weil, ja, wenn ich zum Beispiel das nebenberuflich machen würde, wären das 20 Stunden, aber das sind ja 55 Stunden mindestens. Da kommen wir, das geht ja noch ein bisschen höher manchmal, manchmal weniger. Und solche Videos wie jetzt, das dauert auch teilweise länger. Gut, ich schiebe es auch ein bisschen oft vor mich hin. Das ist auch eine andere Sache. Und einfach dieser Vergleich, ne, und ich bin Let's Player, ich muss echt sagen, Let's Plays machen ist wahrscheinlich das, was am wenigsten Zeit verbraucht, ja. Weil du machst ja das, also die Aufnahme braucht ein bisschen Zeit, oder das ist ja das Spielen. Also beim Schneiden verbraucht Let's Plays wirklich die wenigste Zeit, nehme ich mal an, als jetzt aufwendige Dinger. Also, dass iBlady zum Beispiel nur ein Video pro Woche raushaut, ist völlig legitim, weil er auch wirklich das Skript schreiben muss, das alles aufnehmen, das ganze Ding schneiden und so. Und die Ideen muss man auch erst mal finden. Also ich kann mir gut vorstellen, warum das auch so ist. Und deswegen finde ich es auch legitim, wenn man irgendwann mal wirklich diesen Punkt erreicht hat, 55 Stunden, 78 Stunden, 80 Stunden, keine Ahnung, wie viel man reinsteckt, dass man irgendwann davon leben kann, wäre richtig genial. Weil dann kannst du sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und vor allem kann man sich dann auch diese Zeit auch dann leisten und so. Also, ich habe nichts dagegen. Das sind so meine, ich sag mal, 50 Cent dafür, dazu. Ja, was haltet ihr denn davon? Wie findet ihr das mittlerweile eigentlich? Weil das gab ja damals, das ist also eine ganze Weile her, gab es ja richtig diese, diese, ha, du bist nur Geld geil, ja, Mentalität. Aber es hat sich ja anscheinend jetzt im Laufe der Zeit auch wieder zurückentwickelt bei YouTube. Aber mich würde es echt mal interessieren, was haltet ihr davon? Oder kennt ihr vielleicht sogar Leute, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben? Müssen keine YouTuber sein, sondern einfach auch mit anderen Sachen gibt es ja auch sowas. Es gibt auch welche, die gerne Bus fahren und dann haben die irgendwann mal Busfahrer, sind sie dann irgendwann Busfahrer geworden, haben sie auch ihr Hobby zum Beruf gemacht. Aber ich will auch gar nicht so viel quatschen, sonst ist das Video ewig lang und das wollen wir ja nicht. Deswegen, äh, danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn der Tenchi sein Gehirn auskotzt. Das ist recht kleines, mal davon abgesehen. Bis dann, Tschüssi! 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 Tschüssi!